Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ihr seht es mit dabei der Shepard. Servus. Ja wir gehen mal hier diese Sumpfgebiet, der Zerditenschüssel, im Güterbahnhof. Ja, Außenposten, sag ich mal. Mal schauen. Schon wieder ein Airdrop? Euer Ernst oder was? Also Airdrops vor allem gerade alles zwei Minuten. Mal gucken wie weit wir kommen. Airdrop, Airdrop, Airdrop. Gut, Karten haben wir mit. Normalerweise sollten wir ja welche kriegen, wenn Luke da ist zumindest. Ab in den Nebel. Sieht schon mal gut aus. Hat einer geschossen? Da ist ja euer Ernst. Die Kiste ist nicht, da habe ich dann letzt mal eine grüne Karte gekriegt. Ey, drüben glaube ich. Ja, wir müssen eh da lang zurück. Hier lag sonst eine, genau. Gut, Karte ist auf jeden Fall weg. Findest du einen Ausgang oder was? Ja, ja. Dann lass uns mal Richtung Schlüssel gehen. Schusel! Alles gut. Schusel! Schusel! Sollte man eine blaue Karte kriegen, wenn sie da ist? Ja. Kisten sind auf jeden Fall da auf die Schüssel. Zack! Sicherung rein! Hörter an! Nice! Könntest du mal einen scheiß Garagentor oder eine Bodenspringdose ey? Mann, Mann, Mann ey! Bist du da draußen? Ja. Ganz Sicherung habe ich. Tue mal die Kiste hier. Gehe auch eine Schüssel weiter. Naja. Die Schüssel kennst du schon oder? Die Schüssel kenn ich, ja, ja. Also weißt du, wo die Kisten sind? Ja. Gut, dann lass uns mal die Letzte holen. Grünes T-Shirt. Kannst du den, äh... Na? Hm. Gut. Dann gehen wir mal die Straße zum Güterbahnhof. Bin gespannt. Ja. Die Pappenheimer da wieder sind rechts. Ja. Die haben es auf jeden Fall drauf. Die habe ich heute Mittag auch noch nass gemacht. Schießen halt echt gut. Da kann man nichts gegen sagen. Ja. Die haben auch gut schon ausgebaut. Aber dann noch nicht in die Höhe, oder? Zwei. Doch. Zweiter, zweiter und dritter Stock. Okay. Schade. Ja. Die ist doch null. Die Putzer. Ja. Die ist doch null. Ich warte mal hier auf dich, ne? Ich komm schon. Ich muss jetzt mal ein bisschen zusammenbleiben hier. Mhm. Waffenteil. Ähm. Kann ich denn jetzt schon faul sein, ey? Brandmoon, ey. Ich finde noch Explo-moon. Okay. Okay. Gut. Kennst du hier aus? Äh, ja. Das eine Gebäude. Ich muss den Schalter umlegen. Ich muss hier umlegen. Ach, du ahnst es nicht. Kommst echt nicht rein mit Holzrüstung. Oh, das knistert nur leicht. Ich geh mal hoch. Das ist doch. F***. Der ist sogar angewesen. Das heißt, es ist jemand hier. Ja. Kannst du knicken. Kannst du so viel Strahlung. Ohne Suit kannst du es knicken. oder schnee jacke halt ja schalt aber an wie gesagt wir können wir ein bisschen hier rumgammeln hier gleich mal irgendwo jemand rauskommt ist da noch stoff ich habe stoff ja bitte ein bisschen hier ein bisschen heilen fehlt sich für die älchen reinge balladay ja gut da müssen wir eben schnee machen gehen war gut ist hier gelutet dann lass uns mal hier richtung außenposten gehen können wir da noch ein bisschen die straße mitnehmen ganz schön Vielen Dank. Ich hätte sogar eine Schneejacke, ich Idiot, ey. Ich sage, ich hätte sogar eine Schneejacke, ich Idiot. Ich habe eine gelootet. Hier steht auch schon ein Panzer, ey. Ich gehe dann noch zum Abschluss die Straße entlang und dann... Scheiße, Lutzschulaufsäcke. Ich kann sich auch nicht wundern, dass kein Lüb da ist. Dup, 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 Dup. Gut, dann lassen wir ganz kurze Butze. Brauche ich das mal eben rein, mache noch eine zweite Schneejacke und dann... Gehen wir nochmal hin. Aber wir nehmen mal eben den Loot hier mit, wenn nicht schon was rumsteht. Du hast aber bestimmt noch Platz, oder? Ich habe Platz. Aber ich bin nämlich voll. Voll, voll am vollsten. So, und es ist... So, und es ist... Da liegt immer eine Blaupause, falls du reingucken willst. Gut, das ist... So. Sonst können wir natürlich auch gleich mal die lange Straße runterzimmern. So, haben wir den Nähgarn, ja. Das taue ich erst mal oben in ne Müllkiste und das gut ist. So, Schneejacke, zack. Alter, was ist denn los ey? Was ist er? Der Air-Trop ohne Ende, ja. Wieder einer oder was? Ja, ja. Mie, 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 mie. So, was könnte man denn zusätzlich anziehen? Was Schükes. So. So, ich bin stark klar. Ja. Das. Das. War denn die... Was hier? Hau erstmal in irgendeine Müllkiste rein. Ein Platzes? Ähm. Ein so Türen können wir alle Nacht. Hier in der Hitch ist auch noch ne Kiste. Ja. Achso. Da sollte Platz sein. Alles klar. Na ja, du musst erst mit rein gehen, sonst wird das nix. Ist egal. So. Ach, hat auch noch die Kiste dahin gesetzt. Ja, so stark. Gut. Na dann gehen wir mal sterben. Das kann was werden, ey. Der Leo läuft hier übrigens rum. Ah, okay. Habe mich schon zweimal gekillt, haben wir hier drauf. Da wird dann mit Sicherheit jetzt auch hinkommen. Geht er erstmal ins Gesicht. Oh, die steht so richtig beschissen am Güterbahnhof, ey. Ja. Wahrscheinlich mitten auf freie Fläche. Ne, das nicht. Aber du hast halt viele Punkte da, wo du die abämen kannst. Das ist vom Kran oben und sowas. Mhm. Weil wenn wir zuerst da sind, ja, können wir die Posis natürlich einnehmen. Ja. 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 Jut, willst du unten bleiben oder willst du nach oben? Hm, ich bleib oben wahrscheinlich. Ja, dann musst du auf den Kran hoch, ne? Okay, es ist auf jeden Fall Loot respawned hier. Na ja, aber Looten macht gerade keinen Sinn. Bleibst du jetzt da oder was? Ja, du musst, wenn du nach oben willst, musst du auf den Kran hochgehen. Du musst halt dann von oben die Kiste im Auge behalten. Achso, da oben, ja. Hier, wo der Container dran hängt. Da bei dir oben oder was? Oder rechts von mir? Ja, so, dass du die Kiste im Auge hast. Ist auf jeden Fall noch keiner aktiviert. Ja, soll ich machen? Ja, klar. Dauert ne Vüllstunde. Ja, richtig. Könntest du ja aussuchen, welchen Kran du nimmst. So wissen. Einer oben, einer unten. Ja, dann geh ich hier hoch. So, am besten auch gucken gleich, wenn einer kommt, direkt. Müssen halt direkt versuchen zu killen. Und das andere wird keinen Sinn machen. Oh, das ist gut. Ich kann es schön oben durchgucken. Ja, wie gesagt, muss auch mal so die Umgebung dann im Auge haben, ne? Mhm. Wenn einer kommt, schreien. Von wo? Wollen wir uns mal einen Kompass anmachen? Ich schätze mal, unsere Helden da hinten werden kommen. Ja, ich weiß ja nicht, wer online ist, wer nicht online ist. Für die Stunde ist halt ewig lang. Ist das jetzt ein Tier, oder? Ich weiß nicht, von 100, 110, Posten? Ja, einer in der Suite. Zwei. Die sind in den roten Containern hinten drin. Okay, ja, ich hab's gesehen. Zwei in der Suite. Einer ist da. Einmal Hady, einmal getroffen. Wo ist er? 180, also von dir ungefähr 30. Down. Ist down, ist down. Okay. Der ist grad rundherum gerannt. Und ich hab die Heilung mit. So, ich guck mal, Umgebung. Die werden mit Sicherheit wiederkommen. Ja, ja. Ich weiß nicht, bist du das? Ja, ich bin hier unten. Hier. Jumpcheck. Okay. Eine Spritze nur noch. Ah, von unten. Wahrscheinlich von 200. 240, sowas. Ich hab' ich hab'n nicht gesehen. Na, der ist oben jetzt. Ja, das kann nur aus der Richtung kommen sein. Das war auf jeden Fall ne halbautomatische. Ja, ja, ich weiß. Den hat er grad nicht. Der hockt da oben. Der läuft auch unten. Oder bist du das? Ich lauf' nicht, ne. Wie ist der das? Wie viel hat er mich gesehen und kommt? Ja, der kommt jetzt hoch zu mir. Der war grad oben schon. Also einer war oben gerade. Mist. Noch einer. Ach, du lebst noch, oder was? Ja, ja. So, ich dachte, du wärst tot. Ach, der ist drüben auf dem... Jetzt bin ich tot. Der ist drüben oben auf dem Turm. Da, wo ich jetzt bin. Ah, Leo ist es. Im anderen Kran, oder was? Mhm. Da, wo kein Container dranhängt. Ja, der andere Kran halt. Ja. Also direkt über der Kiste. Und du im Container warst direkt oben drüber. Scheiße, der weiß natürlich jetzt, dass ich hier bin. Scheiße. Hört mal stehen. Ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall gehittet. Leider zu schlecht. Zockt er irgendwo. Mhm. Ja, hab ich ja gesagt, ist klar, dass der hier hinkommt. Der hat auch hier einen Erdruck bisher geholt. Weil er hat auch Glück gehabt. Das war echt knapp manchmal. Problem ist, ich weiß nicht, ob er mich jetzt umläuft hier. Na, macht er. So leuchtet nicht, mein Freund. So leuchtet nicht, mein Freund. Geht guter. Streng nicht an, du bist auf Video. Bin ich. Gott, ich komm. Fuck. Das war's. Ähm, ja. Hallo. Python auch noch. Ja gut, noch mal hin und fertig. Du kannst am besten vorher warten. Ich komm dann, dass wir ein Zusammenhängen hier. Ja. Und mal gucken, ob wir den Neo cachen können. Wahrscheinlich eher nicht, aber wir versuchen es natürlich. Jo. Ich hoffe, die Kiste ist gleich noch da, wenn ich da bin. Muss mal eben gucken. Shepard ist da. Okay. Das war nur noch, glaube ich, 5 Minuten oder 4 Minuten. Ich hab keine Ahnung. Ja, keine Chance gerade gehabt. Habt ihr gesehen. Direkt Teddy und, ja. Bin ich vielleicht nicht bewegen sollen, aber. Ich schätze mal, der wird oben auf dem Turm hocken. Ja, der war grad in dem Haus. Okay. Ich muss auf jeden Fall sneaky sein. Weiß halt nicht, wie lange die scheiß Kiste noch. Rauch. Hier bin ich auch offen bin schon ein Tor, ey. Ich glaub, so wie das aussieht, ist der oben auf dem Turm. Ohne, es macht keinen Sinn von da. So, ich warte mal eben auf dich hier. Ja. Ist das nur ein Bogen mit, oder was? Ja, ja. Pistole auch. Gut. Dann bist du einer links, einer rechts rum irgendwie. Mhm. Ich geh links rum, oder? Oder. In dem Haus hier rechts, oder was? Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er wird jetzt woanders schon wieder sein. Ich wollte nur mal eben die Spritze hier mitnehmen, so. Wie gesagt, einer rechts rum, einer links rum. Gehst du rechts, oder was? Ja. Weißt du, wo die Kiste steht? Ja, ja. Ja. Er war halt rechts in dem Haus drin, ne? Da hat er mich gekillt, aber er ist auch nur da hingegangen, weil ich da war. Also ich geh mal... Ja, ich geh durch den Schlitz hier an dem Haus. An der Mauer ist so ein Schlitz. Ach, du bist auch hier. Ja gut, dann geh du durch den Schlitz. Ich geh einmal ums Haus rum. Mhm. Da musst du mal... Vielleicht siehst du ja von da die Kiste. Ich weiß nicht, wie lange die... Wie gesagt, der Timer noch ist. Ich werde ein bisschen brauchen die einmal ums Haus rumzuschleichen. Ach so, du meinst ja durch die Mauer, da soll ich... Ja, genau. Da bist du auch genau bei der Kiste. Ich muss halt nur gucken, wo er hockt. Okay, der Dekombier ist. Kannst du den Timer einsehen? Mhm. Das ist genau auf der anderen Seite. Ja, okay, aber der macht ja ein Geräusch, wenn er aufgeht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er da oben im Kran, da in dem Fenster ist. Mäh, 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 mäh. Ja. Ich hoffe doch in einen von den Waggons. Man weiß es nicht. Ich sehe nicht immer die scheiß Kiste, weil die genau hinten dran ist. Siehst du auch nicht. Wo bist du denn genau? In der Mauer oder was? Ja. Ja, dann versuch doch mal zum Container zu kommen. Du kannst auf jeden Fall unter die Waggons drunter. Da war ich ja vorhin auch drunter. Das stimmt. Und daraus kannst du die Kiste auf jeden Fall einsehen. Okay, Kiste muss fertig offen sein. Ja, ist auf. Go. Ja, renn ruhig. Wenn der da ist, lootet er dich schon. Renn ruhig. Okay. Der braucht sich nicht schleichen. Der hat die eh im Augenblick. Geh einfach ran an die Kiste. Alles aber nix. Okay, es schießt mit Bogen, aber ich weiß nicht von wo. Na, lootet er uns zurück, wo er hergekommen ist. Scheint runter zu kommen. Hä? Der scheint runter zu kommen. Hast du noch nicht gelootet oder was? Nein. Komm. Oh, scheiß Menü. Ich hab alles. Ja. Ja. Ich hab alles. wenigstens was brauchbares drin das heißt was das heißt was gut okay gepanzerte doppeltür metallmaske, metallbrustplatte, drei rohre und drei smg-teile er war vorher nicht dran oder was? nein, er war nicht drin ob er vorher dran war? das hätte ich ja gesehen naja, hat er wohl mitleid gehabt da hab ich gedacht, dass er da irgendwo hockt schade, ich hätte gern gefightet ja, dann lieg ich mal eben rein, ich zieh mir mal hinten den suit aus noch ein bisschen, obwohl es wird schon wieder dunkel oh man, sorry alles gut gut und dann war es noch, metallbarrikade war auch noch dabei noch nicht so schlecht schöner, wer hat Exprimumum gewesen ja gut Leute, ich mach erstmal einen Cut ich muss jetzt eh erstmal ein bisschen was nachcraften, weil es wird jetzt eh nacht das war wieder was in der Kiste, die haben wir immer sterben sollten, dass wir dann direkt nochmal los können und dann geht's am nächsten Morgen weiter bis gleich bis gleich